Heya, Willkommen zurück zu Karke Shadow Kings, zur nächsten Aufnahme Session. Am letzten Mal haben wir die World Library quasi komplett fertig gemacht. Ich glaube nur der Endgegner, bevor wir da hingehen werden, bevor wir ihn bekämpfen, werden wir ein bisschen Geld verdienen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Aufnahme Session, das heißt Leveln und Geld verdienen en masse. Also für alle, die das interessiert, abschalten und nächste Aufnahme Session abwarten mit regulären Folgen, also die regulär langgehen, die hier wird etwas länger dauern, weil wir hier noch, glaube ich, 500.000 Geld sammeln wollen und jede Menge Level erreichen möchten. Also Level werden dann auch nebenbei, eigentlich geht es nur ums Geld eigentlich, aber wir werden dabei auch Leveln bei 500.000 ist 100 Kämpfe wahrscheinlich. Da haben wir auch nicht was zu tun haben, aber wir kriegen das noch hin. Habe ich jetzt überlegt, wir können natürlich auch ohne Leveln da was reinmachen, ohne Geld noch, das Spiel auch fertig kriegen wahrscheinlich, aber, ne, ich will alles haben, wenn das nicht so geht, alles haben, was irgendwie geht, also machen wir das auch, verdienen so viel Geld noch. So, rennen wir am besten zur World Library und die letzte, zur letzten Level Aufnahme tatsächlich, weil danach wäre nur noch eine Story-Aufnahme-Folgen und dann sind wir fertig. Und, ja, deswegen will ich mal sagen, rein da und am besten loslegen in unseren Kämpfen. Aber die Kamera ist hier wirklich kreislich. So, wir können ja nur hier vorne rumlaufen bei unserem Buch, weil da oben müssen wir ja nicht. Da oben ist zwar auch ein Buch, vor der Haupttür, aber, na, wir wollen aber ja, wollen wir ja nicht. Wir wollen hier, da ist er ja, da ist er, der erste Gegner, der auf uns wartet, ist ein Mond und Mumien. Okay. Ich verstehe. Wir kriegen mal so eine Platte irgendwie, hoffe ich. So, kommt bei einem Morten und Moon. Und drauf da. Okay. Autsch, das tut nicht so weh, wie ich erwartet hätte. Jetzt haben wir ja auch noch eine Rüstung gekauft für Big Bull und für Airby sogar noch. Die stärkste Rüstung, die wir kriegen können. Also, wird ja noch stärker. So, der stärkste Schwert haben wir auch schon. Dabei haben wir noch ein anderes gefunden. Was wir jetzt tatsächlich auch brauchen für verschollene Türen in den ganzen Verliesen tatsächlich. Aber am nächsten Mal mache ich das erst. Hier nicht. Ah, wir haben hier das nicht erledigt. Das ist ja so blöd. Ach, komm her. Wer ist das, Mami? Na gut, wir werden, da haben wir ja noch nie nötig, das war sofort zum Buch zurückgehen. So, erwischt. Ja, kein Problem. Ja, wie gesagt, wird etwas länger dauern hier. Diese Fession. Aber, wir kriegen das schon hin. So, wenn wir ein bisschen Geld verdienen wollen, ja, viel, 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 viel Geld wollen wir haben. Weiß nicht, ich, 500 Kämpfe mindestens, weil 5000 pro Kampf, wenn wir so viel denn kriegen. Ähm, ja, wird das eine Weile dauern, aber wir kriegen das schon hin. Also, keine Sage. Ja. Ein bisschen was machen, ja. Aber ja, ha. La, 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 la. Ja, es wird nicht sehr spannend sein. Deswegen bräuchte ich auch gar nicht so kommentieren eigentlich. Ich sage ja, ich sage ja, ich sage ja alles selber. Haben wir auch nicht so viel Neues erlebt, am letzten Mal. Ah, wieder diese Gruppe. Na gut, das bringt immer mehr Geld. Ist das immer gut. Wenn es mal 5000 gibt. So, komm her. So, combine, mortal, moon, und drauf da. Was, 1600? Aber was haben wir da eigentlich abgezogen? Das sagt sich so aus. Aber nee, so ein 168. Hab wohl eine 0 zu viel gelesen oder sowas. Kann ja auch sein. Aber es war verwirrend durch die andere Zahl, die da nehmen ist dann. Das sieht mich teilweise aus, als wäre es dann mehr. Aber es ist dann doch nur 100. So, komm her. So. Combine, was tut, Mami? Uff, drauf da. Ja, es sieht nur so aus, als wäre es so viel. Aber immer diese Eins dazwischen. Das sieht immer aus, als wäre es dann eins davor. Ja. Ja, super. Kann sich freuen. Nächster kam abgeschlossen. Ja, super. Haha. Da kann man uns drüber freuen. Ja, da geht der Zähler hoch. So, 2439. Ja, super. Und, ja, nächster Level auch bald. Ach ja, es ist nicht sehr spannend hier. Jetzt sind wir wirklich hier nur am Kreis rennen. Nichts erkunden, hin und her laufen. Kaufen machen wir auch nichts. Also, ja, wir kriegen das nur noch auf die Reihe. So, komm her. Ach, mal hier. Ach, ein Rockman und Bilder und Paintings. Ein Steinmann. Gut, komm her. Attack combined. Flaming Rockman. Oh, auf Kistlinger macht er so ein bisschen stärker Schaden, aber kein Problem. Oh. Oh, was tut doch weh, lass es. Ja, kriegen die, kriegen wir mal hin. Ach, Stan hilft auch mit. Oh, ja. Ja, auf den anderen macht er dann, ne. Ist ja gut. Ja. Hast den dann gar nicht erwischt. Was? Was überrascht mich jetzt? Hab ich hier nicht erwartet. Ich dachte, er würde ihn erwischen. Ja, macht nicht wirklich viel Schaden. Erwischt. Ha, ha, ha. So. Ha, ha. So. Okay. Ach, man kann es ja tatsächlich oder springen. Das mache ich natürlich auch. Man kann es abbrechen mit dieser Erzählung. Die wissen ja, wie viel wir kriegen. Das müssen wir jetzt hier nie mehr machen. So, siehst du eigentlich tausend noch mal? Ja, bleiben noch 470. Ja, das wird ja keine Heiter werden. Dann kommen die Geister. Ach, man. Jetzt bräuchte ich mal wieder so ein Unlockmittel. So, komm her. Was haben wir hier? Ach, dann wieder Bilder und ein Flair-Mäuse. Okay. Jetzt geh schon. Komm her. So, komm bei. Zack, die Bärz. Sagen wir mal aus. Ah, kriegen wir auch nicht klein. Ich verstehe. Aha. Die kriegen wir nicht so gut klein. Ich verstehe schon. So. Haben wir ihn erwischt. Gut. Ist mal weg. Okay, okay. Ist ja gut. Du kommst ja drachen. So. Aua. Lass es. Das haben wir doch erwischt. Im ersten Anlauf. So. Ah, kommt schon. Curse Painting. Ach Gott. Lass es. So. Erwischt. Wo kann es gehen? Ja. Ha, ha, ha. Ja. Sehr schön. Okay. Was haben wir dafür erhalten? 438. Ne. 386 natürlich. So. E-Pros obtain level 56. Ja. Ich dachte, Kissing will mal aufsteigen. Aber ne. Der will noch nicht. So. Okay. 31.000. Ah ja. Das kann er heiter werden. Kommt her. Kommt her. Die Geister. Hallo. 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 Oh. Ja. Natürlich, die Geister noch nicht kommen. Nur dauert es natürlich zu lange. Wie ein Kreislaufender war er. Na, seid ihr ja endlich. Ach, was haben wir denn hier? Walkmans und ne Mumie. Ich verstehe. Okay. Tag Combine. Restless Mummy. Auf da. Daneben, daneben. Ha, 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 ha. So. Ich habe ihn erwischt. Aua, 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 aua. Tut doch weh. Lass das. So. Flaming Walkman. Auch erwischt. So. Ja, auch kein Problem. Wir machen nun mal keine Selbstverstörung. Immerhin Vorteil. So. Erledigt. Ja, so kannst du ruhig weitergehen. Ha, ha. Ha, so. Okay. So, wir haben jetzt 5000. Nächstes Level. Ich kam gar nicht ganz schnell. Abbie attained Level 78, ja. Kissing attained Level 52. Lernt Maximum Voltage. Ah, das sieht gar nicht so schlecht. Okay, was ist das? Was ist Maximum Voltage? Scorching Electric Storm. Ah, die Weiterentwicklung von... Megastorm. Natürlich, wer hätte das auch erwartet. So. Hallo. Ah, ja. 36.000. Ja, wie gesagt. Wir haben ein paar, ein bisschen... Kämpfe machen. Wir rennen nur im Kreis hier. Um Gegner zu finden. Hallo. Ja. Ah, er ist da stehen geblieben. Ah, sie sind doch sind. Oh. Kommt hier keiner mehr, oder was? Wir müssen doch mal tiefer in den Verlies gehen. Da, also, da kommen sie. Ah, das lohnt sich doch mal. Das aufwenden Sachen, in Sachen Leveln vor allem. So, komm her. Gucken wir mal, ob wir den kriegen jetzt. Das haben sie so eine Scheiße gemacht. Obwohl, so gehen wir ja gar nicht. So. Jetzt reicht natürlich nicht, um den zu erledigen. War ja klar, ne? So. Okay. Bad Couchy Golem. Blaze. Ja, das hat K.O. gegangen. War jetzt leider klar. Das war daneben. Haha. So. Jetzt da hin. Das ist gut. So, okay. Ah, ja. Harry. Oma, die sind jetzt zurück. Nein. Nicht in die Live Spark. So. So, komm her. Warten wir mal. Ja, holen wir mal Kissing zurück hier. So. Da ist er wieder. Ja, müssen wir mal kurz warten. Vielleicht wieder K.O. Ja, hier ist ein Sun. Greifen wir mal zurück. An hier. Oh oh. Okay, ich verstehe. Ja, ich muss mich auch mal selbst heilen. Wie ist da? Ja, ich muss mich auch noch mal vor. So. Greifen wir jetzt mal nochmal an. Ach Gott. Gar nicht so leicht hier, dieser Kampf mit denen. Aber Stan hilft jetzt mal aus. Ja, aber ja, wie ist gut. So. Okay, wie Storkissling. Ja, ich sage natürlich viel, viel unserer Dinge uns weg. Unsere LP-Punkte. So. 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 Kannst du mal im Grunde warten. Ist ja besser. So. Warte mal ab. So. Okay. Und. Los geht's. Combine, Radiant, Sun. Greift er nochmal an. Oh no. Er macht K.O. Scheiße. Und er hat ihm auch her. Toll. Na ja, egal. Nicht so wichtig. Er ist ja eh ein Level höher. Bei Kissing wäre es schlimmer gewesen, so gesehen. So K.O. hier. Du wirst du und es fehlt immer noch. Ja. Du musst auch noch stärker werden, ne? Sieht man ja. Aber wir haben es jetzt hingekriegt. So. 6141. Das nehme ich gern mit. So. Er wird attain Level 79. Ja. Also das ist mal ordentlich hier. So. Okay. Kissing attain Level 53. Nehme ich auch gerne mit. Brauche auch. Brauche auch. Aber nur ein Level? Aha. Ich verstehe. Wundert mich ein bisschen. Warum nur ein Level? So. Ich gehe doch ein bisschen hier durch. Ich gehe halt ein bisschen mehr los zu sein, wenn man das so macht. Okay. So. Okay. Nochmal das Ganze. Combined. Restless Mummy. Er wisst. Wie sie gehört. Aua. Lass das. Flaming Walkman. Flaming Walkman. Ja. Er wisst. Auch hin. Sehr gut. Ja. Kriegen wir hin. Vielleicht ist die Problemlose auch noch. So. Und angekommen. Und tot. Ich gehe jetzt mal zum anderen Buch. Da oben hin. Beim Schäffler. Jetzt habe ich auch wieder jubeln. Ja. Okay. Get item. 5000. Ja. Okay. So. Na ja. Wo waren jetzt die Töne? Hier war es falsch. Ich verlaufe mich immer wieder. Immer wieder. So. Hier ruckelt es wieder. Das ging sogar. Diesmal. Aber es ist hier, wo es ruckelt. Irgendwo ruckelt so immer. War es hier. Jetzt hier lang. Dann sind wir da durch. Slave. Now facing the enemy. I want you to answer. What are the fundamentals of combat? Make a plan. Hmm. You choose that one. And. Be cool. It's about fighting. Remember. Now. And. And finish them. The basics for fighting are. Make a plan. Be cool. And finish them. War boy. Try going to be funny. I will laugh out loud. When the enemy extorses you. Da. Ha. Ja. Ja. Ähm. Blöd. Ich dachte es wäre aber das richtige. Kühlkoppelwahn. Plan machen und die erledigen. Klang doch nicht gut. Wie den Planen oder nicht? Ich finde das Klang gut. Aber offenbar nicht gut genug für Stan. Ha. Der will anderen. Der hat wohl einen anderen Plan. Aua. Aua. Out. So. Aua, aua, aua. So. Erledigt. Der ist hin. Das muss der. Migas du. Hat er überlebt? Ja. Er hat er nicht. Ach, es ist auch K.O. gegangen. Ich dachte, er hat ihn nicht überlebt, weil er angesehlt hat. Verdammt. Der wurde ausgenockt, ey. NEIN! Ja, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir mittendrin und... Ach, nee. Ja, muss ich jetzt mal mit ihm mit Last Bug wiederbeleben. Ach, ja, ich bin auch mal nicht aufmerksam genug. So. So. Okay. Geht auch mal nicht aufmerksam genug hier, um das hinzukriegen. So, hallo. Wo geht's denn jetzt hin hier? Hier rumlaufen, gut. Ach Gott, im Kreis. Nee, hier ist eine Sackgasse. Was? Und hier lang? Ah, also mal für, über, 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 über Peter. War übrigens einer. Hab ich dich grad gesehen noch? Ah, was haben wir hier? Ah, wieder die selbe Gruppe wie eben. Ich verstehe. So, komm her. Und drauf da. Beste Mami immer da, mein Ding. So. Keiner für uns sehr übler zu sein. So. Okay. Mortal Moon. So. Und erwischt. Was für diese Mumie da. Okay. Und erledigen. Ach, lass es doch. Mit Nacken fassen. Keine Ahnung. Keine Chance. So, erledigt. Ha. Super. Das ging ja noch. So. Äh, 5439. Ja. Äh, nein. Wir wollten jetzt weiterkommen hier irgendwo. Aber irgendwo geht das doch hier weiter. Da sieht's richtig aus. Sehen wir den noch nicht. So, hier geht's hier in dem Außenrum. Hallo Geister. Ah, hier sieht's besser aus. Ja, sind wir wieder hier am Chef. Hallo, der Geist, der uns empfangen möchte. Hallo. Ach, was habt ihr denn hier für Typen? Ah, ich seh schon. Okay, greifen wir mal diese Fledermaut an. Als erstes immer. Sucky Bad. So. Erwischt. Ha. Ein Problem weniger. So. Äh, wie machst du alles fort? E-Pros, machst du alles fort? Und kiss den grad auch an. Wie pass. Masochismo. Aha, was heißt das? Keine Ahnung. So. Ah, verletzt uns. Ich verstehe. Denk mal weg. Laden. Ah ja. Äh, machen. Wie pass. Was? Und auch erwischt. Haha. Jo. Sehr schön. Ah, sind wir jetzt hier direkt da. Können wir gleich mal sehen, was das ist. Weil das hier meistens eine andere Bezeichnung hat. So. So. 62.000. Ja. Ach Gott. So. Was heißt das jetzt hier? Saint. Das ist also Saint. Aha. Jetzt ist weg. Haha. Jetzt ist weg der Saint. So. Hallo. Mehr Gegner, bitte. Kissing ist noch dabei. Da mit denen dachte ich immer mehr. Die Kamera ist rüstlich. Ich geh mal in den Hauptraum hier. Das ist die große Tür. Können wir mal durchgehen? Ne. Will ich nicht. Ich weiß noch nicht was passiert. Ob er weiter geht. Oder er sagt, dass wir dann weiter gehen zu dürfen. Oder sollen. Ach Gott. Guck mal. Was wollen wir hier? So. Ich verstehe. Das stärkere Gruppe. Well. Jetzt dann. Dann greifen die jetzt an. Das ist doch doof. Au. So. Au. Das war mal übel. Das war mal übel. Das war mal übel, ey. Da muss Kissing noch ein bisschen stärker werden. Oh. Ja. Noch mehr. Mal mehr durchhalten. Sagen wir so. Er muss noch. Stacke Rüstung haben. Viel mehr. So. Komm her. Dürfen wir nochmal, ne? Wir werden jetzt dann nochmal drauf. Da wird er bereits zuerst. Also machen. So. Ist er weg erst. Jetzt ist immer das Vieh weg. So. Wir werden nochmal zurück schlagen. Endlich. Mortel Moon. Erledigt. Das ist der zweite. Ja. Macht natürlich auch ordentlich viel Schaden noch bei ihm. Ist leider so. Komm bei Mortel Moon. Und erwischt. Ja. Huh. Ne? Okay. Nächster Cup abgeschlossen. Er wird attained Level 80. Ja. Also der könnte wirklich ein Level 99 erreichen. So. Weil die anderen kommen immer auch gar nicht hinterher. Ja. Aber es bleibt leerlich schneller als die anderen. Wie kann das sein? Macht gar keinen Sinn. So. Okay. So. Hallo. Ja. Wir rennen jetzt nur im Kreis. Wir machen nichts weiter. Nichts sonder spektakulär was wir hier machen. Aber sonst gehört halt dazu zu diesem Spiel. Wenn man zumindest alles machen möchte. Ah. Wieder. Ein paar. Schwerter. Wie sieht man an? So. Erby. Greift an. Ebros. Greift an. Und Kissen. Greift. Diese Fledermaut an. So. Laden. Scatterbowin. Ja. Soll wir machen. Ist mir auch egal. So. Und. Sackiebert. Wir können ein bisschen experimentieren hier. Daneben müssen wir das Licht. Scatterbowin. Ach. Was wollen die denn machen hier? Da. O. O. Komm her. Ach, sieh's doch nicht. No, jetzt mal hin. Na also. Ach ja. Na gut, vielleicht sollen wir nie lieber doch so gemeinsam angreifen oder vielleicht besser. Geh vielleicht schneller. Oder auch allgemein besser. So, brauchen wir nicht. 72.000, dann immer hin. Bisschen. So, kissing attain Level 54. Ja, nehme ich gerne mit. Ihr braucht attain Level 57. Learn Consume. Was ist denn Consume? Gleich mal gucken, gleich mal gucken machen. Gleich mal Cookie. Eeeeeeeeeeeh, Consume. Steal Enemy HP. All Enemies auch einmal. Hm, klingt gar nicht mal so blöd. Ach nee, da ist die Tür. Ja, da ist die Tür. Ah, so? Okay, zwei wie tausend erst. Jetzt kann doch ne Weile dauern, ehrlich. Ach, was willst du denn? Ach, was wollt ihr denn? Ach, was wollt ihr denn? Ey, Gott, nie. So. Ach, ja, kommt her. Was wollt ihr denn? Mau am Gips aber nicht bei mir. So, erwischt. Sollte er zumindest, ja. Ich bin so voreilig. So. Okay. Oh, ja, hm. Also, was wollt ihr? Curse Painting. Reift drauf da. Ja, wisst. Die Truhe was hinterlassen, ist ja nett. So. Und Flame Rockman. Drauf da. Und auch Toad. Kein Problem. Haha. So. Okay. Swim Baby. Swim Baby. Ah, ja. Ich wisst ihr. Swim Baby mal wieder. Da haben wir auch noch ein paar gesammelt von. Wie haben wir denn davon eigentlich? Na, sechs. Na ja. Immerhin, ne? Aber brauchen wir nicht. Ich hab mir ja die Swar Babys gekauft. Ja, vielleicht verkaufe ich ja noch ein paar Sachen. Ey, ich brauche ja also viele Sachen gar nicht. Ich hab' nie verwendet im Spiel. Vielleicht verkaufe ich auch noch was. Aber bringt auch nicht so viel Geld, glaub' ich, zusammen. Kann sich mit Tama ausleeren. Außer die Sachen, die wir benutzt haben. Weißt du, das machen wir hier. Nehmen wir mal zuerst. Ach, jetzt kommt er wieder dran her. So. Ja. Ja, wisst. Ja, gut. Das ist nur in der Nähe eines Buches. Das Ding ist halt nicht so schlimm. Das dauert nur zu ewig lang, ne? So. Flaming Walkman. Gut, könnte ich uns auch ausgleichen quasi. So mit Kistling. Aber kriegen wir schon hin. So schlimm ist das nicht hier. Was der da macht. So, komm her. Bis hin. Du kannst uns zusammen angreifen. Blöd. Aber hat uns nicht ernsthaft. Verletzt mich gar nicht. So, erwischt. Okay. Ja, sehr schön. Ach ja. So. Komm her. Naja. Fünftausend. Naja. 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 Nicht wirklich. So ein bisschen fehlt da noch zum nächsten Level. Turtle. Naja. Turtle. Jetzt wird ausgeturtelt. Normal. Alles halb so schlimm. Okay. Lalalala. Ich weiß gar nicht wieviel Level Episoden hatten wir eigentlich. 5? 6? 5, 6, 7, 8 Levelaufnahmen? Weiß ich gar nicht. Ich habe noch bedenkt, dass ich 2020 das Spiel nochmal neu machen musste. Ah, guck mal an, was haben wir denn da? Das ist ja mal was hier. So. Komm her. Combine. Red Forty Golem. Drauf da. Haben wir so erwischt jetzt. Das ist ja gut. Haben wir sogar erledigt. So. Okay. Und Combine Radiant Sun. Nein, mach eine Kissling platt. Ja, das war klar. Das war jetzt leider mit zu rechnen. So. Das ist auch K.O., das war jetzt auch ziemlich scheiße. Das heißt, war Kissling. Ja. Okay. 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 Du kannst nur noch einmal einen Lifespark machen. Epos. So. Komm her. Komm her. Ich darf es auch mal an. So. Komm her. So. Combine Radiant Sun. Alles geil. Manier K.O. Na ja. Gut, aber fast zumindest. Dann ist es mal weg. Dann ist es wieder K.O. War ja klar, ne. Ach, die müssen wir mal ein bisschen durchslappen. Kissling muss es einfach. Ja, der ist internationell ja ziemlich schwach drauf. Ich glaube, der hat eher geringe Chance beim Endkampf teilzunehmen. Als Partymitglied. Weil mir gefällt dann. Ich habe die Kissling nie so klar hier. Muss ich sagen. Boah, 125. Hallo. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Aber wir haben es geschafft, diesen Kampf zu überstehen. Immer das Wichtigste. Ja, weil Kissling, der hält einfach nicht so viel aus. Irgendwie. Der geht immer total schnell K.O. Weil er auch nicht so viel Lebensenergie hat. So. Ja. 5.6141. Ja. Okay. Every Attain Level 81. Ja, sehr schön. Freut mich. So. Du Kissing attain Level 55. Nehme ich auch gerne mit. So. Und E-Protz attain Level 58. Warum kriegt er ja Kissing nur ein Level? Muss auch zwei Level machen. Ja, passt. Reicht da. Irgendwo in den Grunden Kriter nicht mehr so viel. Kriegen die nicht mehr so viel hier. Ich denke, wie hier. Her Area ist jetzt weniger. Kriegen die anderen auch. Kriegen du hinterher gar nichts mehr an Erfangenpunkten. So. Warte, der nächste gleich. Tell me, mein Minion. What is the necessary attitude for my World Conquest? Say whatever comes to mind. Uh. Be elegant. Oh, you start like that. Okay, then. Um. Be graceful. I see. Now how are you going to finish? And rule absolutely. Hmm, you think, be elegant, be graceful and rule absolutely, is it? Ah, yes. You've inspired my conquest to a new house, boy. Let me trash your schools. Ja, viel Spaß, then. Mach die fertig. Mach sie fertig. Ja, die Christ ist aber so platt. Ich vertraue dir. Raging Devil. Was bleibt noch übrig? Was? Ja, überlebt? Anu? Oder sowas? Das war wohl kein guter Angriff. Ah, ja. Ich verstehe es schon. So. Combine Cast Painting. Und drauf da. Erwischt. Haha. Ah, so. Okay. Bad Related Information. Ja, aber 91.000. Immerhin, nur mal. So. Erewischt. Level 22. Das ist ein ordentlich. Da ist so ein. Da ist so ein. Da ist so ein. Da ist so ein. Da ist so ein was. Da ist so eine Ansage. Finde ich. Ja, da ist so eine Ansage. 82. 89 vielleicht wirklich voll kann du es passieren das kristin möglich und die geister der nächste okay jetzt sie dann mumien und rockmans hier der okay Lauf da, rest des Mami. Nicht getroffen, heißt der. Mega Storm. Das war gar nicht so schlimm. Rest des Mami. Nochmal drauf. Ja, da hin. So. Aua, aua, aua. Das tut doch weh. Okay, lass das. Lass das doch einfach. Flaming Wackman, drauf da. Erwischt. Ach ja. So. Komm rein, Flaming Wackman. So. Und erledigt. So. Okay. Puh. Ging ja noch. So. 5088. Kissing Attain Level 56. Ja. Sehr gut. So. Ja, könnten wir vielleicht nochmal zurück. Ah, mit jedem Kampf wird er einfacher. Wird auch der Bosskampf übrigens einfacher. Natürlich. Wird auch der Bosskampf einfacher. Wird auch der Bosskampf einfacher. Wird auch der Bosskampf einfacher. War der andere nicht, war nur. Hier, zwischen den Welten. Ja. Ja.